Willkommen zu Outtakes mit Lukas. Viel Spaß. Können Sie mir sagen, können Sie mir sagen, was Sonnenbrille, können Sie mir sagen, was Sonnenbrille, können Sie mir, können Sie mir sagen, was Sonnenbrille, 2000 Jahre später. Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille auf Englisch heißt? I'm sorry, in English please, du kleiner Hurensohn. Ich habe diesen Wörterbuch so in meinen Fernseher gefetzt. Korrekt, Digga. Man hätte natürlich auch rein theoretisch den Fernseher einfach mal wegstellen können oder halt einfach direkt woanders hinwerfen können, aber nee, Digga.